Da kann gar nichts passieren. Da kann gar nichts passieren. Guck mal hier, wie wir hier machen und bauen und tun und ach. Das ist ja, das ist ja, da kann überhaupt nichts passieren. So, Mana weggelockt für die Knarren. Ach. Verhaftet, das ist absolut korrekt. Ach so, und jetzt kommt quasi, ui. Feuer frei. Jetzt kommt quasi dieses, äh, Anti-Geht-Nicht-Dahin-Ding. Was mir eben erzählt wurde. Aber da hab ich dich zugehört, wenn ich ehrlich bin. Da. Okay, wir gehen da trotzdem fleißig vorbei. Komm mal her. Komm, also ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber die laufen einfach an dem Ding vorbei. Irgendwie. Hör doch mal auf, hier weiterzugehen zu wollen. Hier. Kackis. Eigentlich, seht ihr das, dass die da einfach, mach ich was falsch? Eigentlich sollten die da nicht vorbeilaufen können. Aber sie tun's. Als wäre es nix. Könnte auch hier rummeiern, ist viel mehr wurscht. Eigentlich, wenn sie sterben, macht ja eh nix, wo ich mir halt neue. So. Das heißt, da kommt optional Verteilungsteiler. Ach. Aber da hab ich mich doch gar nicht, äh, vorbereitet. Das ist ja gemein. Aber. Ist überhaupt kein Problem. Bereiten wir es eben noch vor. Du bist aus der Manor. Oh. Sauerei. Naja. Lass ihn kommen. Let them come. Die werden mich grillen wie ein Steak. Wo liegen denn diese Teile? Hier steht optionales Achievement. Ich könnte so ein Teil nach vorne schleppen. Aber, äh, kann ich wohl gerade doch nicht. Oh, die Dingskammer ist voll. Soll ich mal eine neue bauen? Bauen wir mal eine neue. Irgendwo. Wo Platz ist. Moment. Jetzt will ich erstmal... Da liegt sie. Gib mir das. Das ist meins. Ich will das nach vorne bringen. Äh, hier? Ja, scheinbar. So, und jetzt muss ich mir noch meinen Dungeon verteidigen. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Dann baue ich jetzt mal... Ja, ja. Tutorial-Level, Mann. Beruhig dich. So. Groß, groß, groß sind... ...alle meine Schlafsäle. Schön. Da hat er dir das erste Feld nicht mitgenommen. Entweder kann ich nicht zielen. Oder, 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 oder. Man weiß es nicht. Geht hier sonst noch was? Hier so? Nee, ne? Gut. Äh, und hier so? Nee, noch nicht. Und was ist hier so? Ach, Bro. Oh, dann probiere ich das mal wieder zu setzen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oder nur, dass es gebaut wurde. Kann natürlich auch sein. Dass es nur heißt, es wurde hier oben aufgebaut. I don't know. I don't know. Dosen Matter. Äh, wo geht's denn hier? Mach doch mal hier nochmal. Ach, guck mal. Das ist nochmal so ein Aufklärungsding. Na dann. Feuer frei. Was? Wo? Bring mich dorthin. Ui. Keiner sagt was. Was sind denn alle? Deine Minionen sind in Kampf. Ja, natürlich sind sie da. Hat er sich einfach an mir vorbeigeschniggelt, schnaggelt. Und keiner hat was gesagt. Wahrscheinlich haben die ersten schon vor dem PC einen Herzinfarkt bekommen. Weil sie mir das so gerne mitgeteilt hätten, dass da jemand ist. Und ich konnte einfach nicht zuhören. Gar nicht fähig zuzuhören. Das sind die Schlimmsten. So, sind wir fertig? Dann kann die Flagge ja wieder fort. Ich will jetzt nicht mal lernen, wie man die Flagge hier wegboxt. Ja. Oh. Sie werden sicherlich nicht erwarten, dass dieser Trick das Zentrum und das Süd. Sie werden uns nie kommen. Sie werden uns nie kommen. Niemand erwartet das Spanisch-Inklusiv-Sinn. Ja, komm schon. Ach, der ist ja auch noch ein Weg. Wie dumm. Na ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal gespielt irgendwann. Ich muss sagen, es ist ein bisschen anspruchsvoller als das letzte Mal. Alter, das ist ja abnorm. Rattata-Zong. Cool. Cool, cool. Da kommen sie. Okay, die können... Ah ja, da lang. Okay, dann hole ich mal hier so ein paar Vögel und schmeiße sie einfach mal hier auf den Boden. Ah, das ist ja auch ein paar Vögel. Du hast ja auch ein paar Vögel gegen Level 1. Da geht einiges. Auch gemein, ne? Ist gerade Payday. Komme ich hier an und zieh die einfach weg. Ist aber bei... Schlechtsgewissen kriege ich jetzt gerade. Als ich das letzte Mal gespielt habe, konnten die hier noch irgendwie so rüberglitschen. Das war eigentlich relativ funny. Also die eigenen Arbeiter, die hingen dann hier irgendwie rum und wurden vernichtet. Niemand wusste warum. Aber es war eine schöne Zeit damals. Ich kann immer noch nichts Neues erforschen, ne? Dann müssen wir das auch mal hier zu Ende bringen. Das hat ja keinen Wert. Was ist denn das? Ein Artefakt. Hol mir das Artefakt. Und du auch. Hol das Artefakt. Hol es. Hol es. Idiot. Was ist denn das? Ach, das muss ich jetzt irgendwo hintragen? Wahrscheinlich in die Bumsbude. Wo ist er denn? Da. Hier. Ah. Da sind noch mehr. Freudenartefakt. Identified True. Aha. Ich verstehe es nicht. Das ist noch nicht ganz gecheckt. Wie löst ich das? Kann ich die nicht auslösen? Das hat mir doch nie jemand erklärt. Naja. Wo sind denn meine Kultisten? Toll, dick. Ach, der ist ja ein Gichtner. Ach, der ist ja ein Gichtner. Haben Sie keinen von euch überhaupt trainiert? Huck ihn. Huck ihn tot. Den Zwerg. Ja, hast du gut gemacht. Da kommt ein Level 2 Zwerg. Huck ihn auch den Level 2 Zwerg tot. Die nehmen aber keinen Schaden, meine Jungs. Er geht locker weiter forschen. Das ist auch cool. Enemies unterwegs. Das ist auch ein schönes Denglisch. Bitteschön. Bitteschön. Ach. Ach, wie Schiss. Boah, kann ich sie nicht irgendwie kaputt smaschen vorher? Inkonzibel. Ich habe so viel Spaß gemacht in Jahren. Boah. Warte, ich habe vergessen, ich habe dir etwas vergessen. Retriebe! Mach mal auf hier. Hat er sie jetzt zurückgezogen oder nicht? Nee, ich bin noch auf dem Weg. Mein Leben. So, lass sie kommen. Alles kein Problem. Und einfach mal hier. Erste Welle. Machen wir mal matschig. Die Pups, wenn man sie fallen lässt. Das ist ja sehr erwachsen. Man merkt halt auch, ich nehme mal an, das merkt man an der Aufnahme an, ähm, mit jeder Einheit mehr auf dem Feld, mit jedem aufgedeckten Landflächlein, äh, wird's halt nach und nach etwas stockiger, möchte ich fast sagen. Und, aber ich glaube, das gehört dazu. Oh, oh, da sind sie. Oh, da sind sie. Da sind sie. Wo seid ihr? Das ist mein, mein Dungeon-Kern, den kriegt ihr nicht. Lecker, lecker Hack, hast drei Angriffe parallel? Oder drei Feinde. Ich glaube, das heißt Feinde. Wiedersehen. Alle tot. Großartig. Warte mal, du bist noch auf meinem Land. Äh. Okay, das ist cool. Haha, was sagst du jetzt? Komm, lad auf, Mana. Mana, lad auf. Komm schon, Mana. Jetzt hab ich dich. Was ein marvellöser Mechgrinder, den du konstruiert hast, Underlord. Was hab ich? Mechgrinder? Hm. Idk, lol. Ups, sorry. Könnt ihr das nicht aufbuddeln hier? Schade. Warte, swiftly, whilst the Minions of Evil recover. Recover. This assault may actually test your abilities, Underlord. Do try and learn something. Na gut. Okay. Ich krieg gar keine neuen Einheiten. Ich versuch die ganze Zeit zu ergründen, was ich denn falsch mach. Ist meine Bibliothek irgendwie zu klein oder so? Dass sie keine Lust haben, hier rumzuchillen. Oder wir oder was. Oder wir rumzuchillen. Oder wir würden so. Nee, weiß ich echt grad nicht. Ich dachte, ich wäre so ein geskillter Player. Dabei bin ich gar nicht so ein geskillter Player. Dann graben wir erstmal alle an, hier. Äh, machen wir erstmal wieder den Laden kaputt. Wo sind sie? Dann. Und. Bitte. Deine Minions sind unter Attacken. Deine Minions sind unter Attacken. So, da ist noch was Weißes. So, da ist noch was. Ist das jetzt irgendwie gegen die Regeln, dass ich zum Angriff übergegangen bin? Machen die jetzt strafbar? Oh shit. Ah, ich kann sie nicht packen. Ah, das stand auch da. Ich kann die nicht packen, wenn die im Kampf sind. Sehr gut. Da habe ich viel aufgepasst. Na ja, dann verliere ich halt jemanden. Muss ich jetzt auch mal mitleben? Vielleicht habe ich es gerade verkackt. Bin mir nicht sicher. Da wird auch geflohen. Glaub ich. Na ja. Unabhängig davon. Was sind denn das eigentlich für Artefakten? Habe ich die jetzt erforscht? Level up. Auf. Und Gold Artefakten. Oh shit. Oh, dann konnte ich doch wegziehen. Cool. Mach mal irgendwas. Oh shit, komm schon. Wow. caught. Oh shit. Untertitelung des ZDF, 2020